Wenn ich die gute Frutte rauskomme, du musst wirklich A, bisschen mehr essen, B, auch bisschen mehr trainieren, A, B. Boah, das ist ein Wahnsinn, was der Humongous schon wieder abzieht. Kaum bin ich einmal nicht da, während ich meine Ausstellung betreue, in St. Pölten. Geht's schon voll ab bei der Weberknecht schon. Ich meine, was ist mit dem Mann los? In Japan, er, er war mein Tag-Team-Partner. Er weiß nicht, wie man richtig taggt. Hand auf Hand. Ist doch selbsterklärend. Der Typ schaut mit dem Gesicht in meine Hand. Was glaubt denn, dass er passiert? Und jetzt, jetzt geht er los auf den Ultimo Astralico? Ich meine, ich glaube, ich bin. Ultimo, du hast meine volle Unterstützung, wenn's bei der nächsten Weberknecht schon am 2. Juni heißt Ultimo Astralico und Betty Boah gegen Liesinger-Läusl und Humongous. Das lassen wir Jungen uns nimmer gefallen. Dann zeig mir einer, wie man richtig taggt. Ja, jetzt. Hey, ich mache! Ja, ich mache meine, ich mache, ich mache, ich mache. Du hast deine Hände, ich mache.